Hallo ihr menschlichen Wesen, die diesen Kanal betreiben. Ihr fragt euch nun sicherlich, wer ich bin. Aber darum geht es heute nicht. Ihr zerstört YouTube Deutschland mit diesem scheiß Assi-Content. Ihr solltet euch für eure Werke schämen. Rassismus, Kochvideos, Vlogs und was am fremdschämendsten ist eure Toiletten-Ducks. Ihr solltet echt mal darüber nachdenken, was ihr hochladet. Nicht war Martin, Jonas, Malte, Dion, Justin und wer da sonst nicht so alles drin ist.